Als junger Student der Nationalökonomie, so hieß das Fach damals, sagte man mir, Schneider, du musst jetzt noch ein juristisches Seminar belegen. Und ich konnte damals nichts mit dieser Juristerei anfangen. Ich kann heute nichts mit der Juristerei anfangen, nur dass damals ich nicht wusste, dass ich heute Wettbewerbsrichter bin. Also habe ich mich für das unnützigste Seminar im Recht überhaupt entschieden, nämlich für Rechtsphilosophie. Ich hatte mir gedacht, das wäre eine nette Plauderstunde und dann würde ich meine Credit Points bekommen oder wie es damals hieß, weiß ich nicht mehr und dann würde ich einfach meinen Pflichtdeputat erfüllen. Und so ging ich zum Seminar Rechtsphilosophie mit besonderer Berücksichtigung des Rechtspositivismus. Ich habe das belegt und dann war das für mich abgeschlossen. Bis Kurt Läube zu mir kam, mehr als 20 Jahre später und mir dieses Thema hier vorgab. Der Rechtspositivismus und das Ende des Rechtsstaats. Und weil ich damals wie heute auf Autoritäten höre, der Autorität von Kurt, habe ich entschieden, compliant zu sein, indem ich den Titel übernommen habe. Und weil ich damals wie heute subversiv bin, habe ich den Inhalt ausgehöhlt. Der Titel ist ein Forschungsauftrag. Es ist nicht eine These, die ich hier teilen werde. Ich fange aber irgendwo ganz anders an. Nämlich beim Anliegen des Liberalismus. Was wollen Liberale grundsätzlich? Eine generelle Definition von dem, was wir suchen in unserem Zusammenleben, weil Liberale wollen ja irgendwie mit anderen zusammenleben. Liberale rufen nicht auf, Einsiedlerin zu werden. Wir wollen Rahmenbedingungen für die verantwortliche Entfaltung unseres individuellen Lebens. Rahmenbedingungen für die verantwortliche Selbstentfaltung. Historisch ist die Diskussion um, wie schafft man diese Rahmenbedingungen, zusammengefallen mit einer anderen Diskussion, nämlich, wie bildet man dieses neue Konstrukt, den Territorial- und Nationalstaat. Es ist eine historische Entwicklung, die parallel zueinander erfolgt ist und es ist eine historische Entwicklung, die beides vom Liberalismus geprägt wurde. Also kamen Liberale relativ früh auf die Idee, dieser moderne Verwaltungsstaat, der über Territorien verfügt, war ja lange Zeit nicht üblich, ein Nationalstaat, lange Zeit nicht üblich, der soll seine Macht beschränken. Wir wollen nicht mehr die Macht eines Königs oder von Patrizierinnen, Entschuldigung, gender korrekt wäre, einer Königin und Patrizian. Königin ist viel sympathischer als ein Patrizian. Wir wollen nicht die Macht einer Person oder einer Clique, sondern wir wollen ein System schaffen, in dem die Macht aufgeteilt ist. Und so kamen wir zur Überlegung des Rechtsstaates. Die ersten Liberalen, die sich mit dem auseinandergesetzt haben, haben sehr bewusst die Frage miteinander verwoben, wie schaffen wir Rahmenbedingungen und wie bauen wir dieses neuartige Gebilde, diesen Territorial- und Nationalstaat auf, so dass ein System die Macht hat und nicht einzelne Leute da. Und wenn man sich mit der Frage beschäftigt, was ist jetzt dieser Rechtsstaat, muss man sich irgendwann die Frage stellen, was sind die Rechtsquellen des berühmten Rechtsstaates. Und so haben sich verschiedene Denkrichtungen etabliert. Eine davon, der Rechtspositivismus. Es ist falsch, vom Rechtspositivismus zu reden. Man müsste von Rechts- und Gesetzespositivismen reden, weil das sind Gruppen von Theorien, die lediglich eine gewisse Familienähnlichkeit aufweisen. Generell könnte man sagen, die verschiedensten Formen von Rechtspositivismen haben zwei Doktrinen im Mittelpunkt. Die eine ist, nur das gesetzte Recht gilt. Nur das Recht, das kodifiziert wurde, oder das Gewohnheitsrecht, das entsprechend über die Rechtsprechung existiert, also positiv ist, gilt. Und die Rechtsauslegung wird alleine in Funktion der in der Gesetzessystematik verankerten Ideen ausgelegt. Also sie nimmt nicht Rückgriff auf moralische, ethische, transzendentale Vorstellung. Recht gilt, wie es Gesetz ist, und die Auslegung des Rechts erfolgt im Rahmen dessen, was Gesetz ist. Ich habe hier wie immer Köpfe, weil Köpfe funktionieren gut, vor allem am späten Nachmittag, wenn es warm ist. Der Kopf in der Mitte, wenn Sie einmal in Wien sind und den Prater und was auch immer da gesehen haben, was es so gibt, und Sie suchen noch etwas, gehen Sie in die Uni, da gibt es sämtliche Köpfe von den großen Denkern der Wiener Uni. Es waren sehr viele, aber darin finden Sie den Kopf in der Mitte. Das ist Hans Kelsen, das ist ein Vertreter einer Variante des Rechtspositivismus. Und sein grundlegendes Werk, die reine Rechtslehre, legt dar, dass es nur ein außerrechtliches Prinzip im Recht gibt, nämlich, dass man das Recht akzeptieren muss. Aber ansonsten, die inhaltlichen und prozeduraren Regeln gelten alleine im Sinne des gesetzten Rechts. Logischerweise kommt da schnell die Frage auf, was ist mit ethischen Vorstellungen, kann denn alles Mögliche Rechtsinhalt sein? Kelsen sagt, technisch gesehen kann schon alles Mögliche Rechtsinhalt sein, wenn es richtig gemacht wird. Das heißt, es braucht ein Prozedere der Rechtsetzung und dieses Prozedere muss selber positives Recht sein. Einer seiner großen Schüler, das ist der Mann dort mit der netten Fliege, Georg Jelinek, formulierte es anders. Und er sagt, das Recht kann nicht Moral sein. Das Recht ist die Grundlage, auf der wir arbeiten. Und wenn man zusätzlich noch ein guter Mensch sein will, dann kann man auf dieser Grundlage gute Taten folgen lassen. Also die Überlegung von Jelinek ist, Recht als Grundlage für moralisches Handeln obendrein. Das Recht kann die Leute, so die positivistische These, nicht dazu zwingen, moralisch oder ethisch zu handeln, weil moralisches und ethisches Handeln von der individuellen Gesinnung abhängt. Das Recht kann die Leute nur dazu zwingen, regelkonform zu handeln. Für die, die an Philosophie interessiert sind, ist das ein wichtiger Punkt, weil beide nehmen Rückgriff auf Kant. Beide nehmen Rückgriff auf Kant. Und als Kantianer sind sie im weitesten Sinne auch der liberalen Tradition zuzuordnen. Weil sie der Meinung sind, das richtige Handeln ist etwas, was man dem Individuum nicht abziehen kann, nicht abnehmen kann. Das Individuum kann die Richtigkeit des Inhalts seines Handelns nicht delegieren. Das Recht setzt nur die sehr grundlegenden Normen aufgrund derer man dann arbeiten kann. Und allerdings schon nach dem Zweiten Weltkrieg, HLA Hart, das ist der Mann mit der Brille, der ein bisschen moderner aussieht als Jelinek, HLA Hart, der britische Denker, der war kein Liberaler mehr, der britische Denker, der den Rechtspositivismus in seiner heutigen, sagen wir so, am weitesten, verbreitesten Form formuliert hat. Er hat unter anderem sich damit beschäftigt, wo haben Recht und Moral eine Stellung im positiven Recht? Und seine Antwort lautet, über die Inhalte. Die Inhalte des Rechts in einer Demokratie haben einen Bezug zu den Werten der Demokratie. Weil die Leute, die das Recht machen, vom Volk gewählt werden, in Funktion der Werte, die sie vertreten. So hart. Die Leute, die Gesetz machen, Parlamentarierinnen und Parlamentarier, werden vom Volk gewählt, in Funktion der Werte, die sie vertreten. Und wenn sie dann in der Rechtsgebung sind, setzen sie diese Werte in Gesetzen, in Rechtskodizes um. Und damit fließt die Gesinnung eines demokratischen Staates ins Gesetz hinein, über die Regeln der Rechtsetzung. Hart. Warum sage ich, dass Hart kein Liberaler mehr ist? Weil Hart keinen Bezug nimmt zu Locke und Hume und Kant und Anliberalen und Hart selber von sich zeitlebens behauptete, links der Labour-Partei zu stehen. Trotzdem ein Rechtspositivist oder auch deswegen ein Rechtspositivist, der einen Link gefunden hat zwischen dem Inhalt und dem Recht über die demokratische Legitimierung derer die Recht macht. Jetzt wird oft gesagt, ja, der Rechtspositivismus ist ja ganz grausam, weil gemäß ihm alles Mögliche Recht werden kann. Diese These stimmt für eine Auslegung des Rechtspositivismus in einer Fringe vom Rechtspositivismus. Weil der Rechtspositivismus sagt, nicht alles, was Gesetz ist, gilt nur, weil es im Gesetz ist. Der Rechtspositivismus sagt, das Gesetz gilt als Gesetz. Aber man muss ausschauen, wie es zustande kommt und da kommen sehr wohl normative Überlegungen zum Zuge und man muss es auch auslegen im Sinne der gesamten Gesetzessystematik. Also eine Rechtsattrappe, nur um irgendeine Tyrannie zu rechtfertigen, ist gemäß den meisten Formen des Positivismus noch kein Recht, weil es eben nicht in diese Gesetzessystematik passt. Also viele Rechtspositivisten würden sagen, wenn es irgendwo verbrieft ein Recht auf Eigentum gibt und man dieses über ein anderes Gesetz außer Kraft setzt, dann hat man hier einen Konflikt von Rechtsgütern und dann kann man nicht einfach sagen, in diesem Gesetz gilt, also ist es. Man muss die gesamte Systematik anschauen, also auch die Verankerung anschauen. Es gibt große Gefahren beim Rechtspositivismus dann, was ist, wenn plötzlich eine, sagen wir mal, was ist, wenn die Schweiz rechtspositiv jetzt entscheiden sollte, Leute, die im Kanton Appenzell in der Roden leben, so wie ich, aus dem allgemeinen Stimm- und Wahlrecht auszuklammern, weil wir besonders konservativ wählen. Wir sind praktisch die, die immer Nein sagen, und vor allem, was kommt. Wenn, wenn, wenn das Parlament diese Exklusion annehmen würde und das Volk diese Exklusion akzeptieren würde, dann wäre gemäß des Gesetzespositivismus nichts dagegen einzuwenden, dann ist das so entschieden und dann gilt es so umzusetzen. Und diese Gefahr gibt es, es ist aber eine recht reduzierte Gefahr, denke ich, für alle, die die politischen Entitäten verfolgen. Ich komme noch auf Unrechtsregime zurück, weil dafür brauche ich noch eine Zusatzschlaufe, ich muss nämlich noch über die Hauptherausforderung des Rechtspositivismus sprechen, da sind diese Typen da, mit einer Ausnahme, das ist die Naturrechtslehre. Viele Liberale dachten, auch gegen den Rechtspositivismus, dass Leute, weil sie Menschen sind und vernunftbegabte Menschen sind, unveräußerliche Rechte haben. Und entsprechend muss der Rechtsstaat nichts anders tun, als diese unveräußerliche Rechte garantieren und vielleicht noch im prozeduralen Bereich die Mitwirkung garantieren. Die Naturrechtslehre geht eben davon aus, dass es gewisse Rechte gibt, die mit uns als Menschen zusammenhängen, qua Mensch. Die sind, wenn man das so will, Auswüchse unserer Existenz. Ein berühmter, wenn auch widersprüchlicher Naturrechtsvertreter war Thomas Jefferson, amerikanischer Gründervater, wie man so sagt, der Urheber, der Einleitung zur berühmten Verfassung der Vereinigten Staaten, eben wo genau diese Sachen drinnen sind. Also Rechte in Funktion des Menschen an sich, die unveräußerlich sind. Aber selbst Jefferson musste zugeben, die Quelle ist unklar. Wie Jefferson selber schrieb in verschiedenen Briefen, aber auch in der Verfassung, Ob diese Naturrechte kommen, nur weil wir Menschen da sind oder weil es einen gütigen Schöpfer gibt, das lässt er offen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das ist eigentlich die Achillesverse der Naturrechtslehre. Wie man Naturrechte erkennt, ist ein epistemisches Problem. Ich weise auf diesen Herren da hinter mir hin, Clarence Thomas, vermutlich der konservativste Richter im Supreme Court, er argumentiert immer wieder naturrechtlich und seiner Meinung nach war zum Beispiel die Abschaffung der Sklaverei in der Verfassung verankert. Jeder, der historisch dem nachgeht, weiß, dass die Gründerväter diese Frage nicht ansprechen wollten, weil tabu. Clarence Thomas, naturrechtsverpflichteter Mensch, sagt, es war drinnen, weil unveräußerlich alle Leute sind gleich. Und so deutet er den amerikanischen Bürgerkrieg als ein Bürgerkrieg zur Durchsetzung dieser in der Verfassung geschriebenen Naturrechtsordnung. Und er stützt sich natürlich dabei auf die Schriften von Lincoln selber. Präsident Lincoln hat das ja auch behauptet. Die Überlegung des Naturrechts ist, es gilt automatisch, die Überlegung der amerikanischen Verfassung, weil wir müssen die Naturrechte nicht alle ausdeutschen oder ausenglischen, weil sie gelten ja bekanntlich automatisch. Aber dann, wenn es darauf geht, wie findet man diese Rechte, befindet man sich in einer epistemischen Schwierigkeit, nämlich, wenn sie nirgendwo ganz deutlich ausgedeutscht sind, wie findet man die entsprechende Rechtsnorm, die gilt. Und eben, Bürgerkrieg ist nicht etwas, was man einfach so hinnimmt, aber mindestens in der Deutung von einigen Naturrechtslehrern galt er um die Naturrechtslehre der Gleichheit der Menschen durchzusetzen. Viele, oder einige zählen Hayek auch noch zu einem Naturrechtsmenschen. und viele gehen zurück auf Law, Legislation and Liberty, wo er eben über, nicht nur über spontane Ordnung spricht, sondern über das Recht, das man findet. Ich finde diese Charakterisierung von Hayek ein bisschen problematisch, weil Hayek erkannt hat, erstens, dass wenn er von spontaner Ordnung spricht, er nicht unbedingt Strukturen meint, die ontologisch vorliegen. Er meint nicht Strukturen, die einfach natürlicherweise da sind. Er meint auch Sachen, die entstehen, wenn wir miteinander verkehren. Zweitens schreibt er ja selber in Law, Liberty and Legislation, dass seine Position weder rechtspositivistisch noch Naturrecht ist, sondern zu einer anderen Kategorie gehört. Und drittens Hayek hat erkannt das große Problem der Naturrechtslehre, nämlich, was ist die Quelle? Ist die Quelle eine self-evident liberale Denkweise der aufgeklärten Vernunft oder, das sagt er nicht, ist die Quelle eine Quelle, die man einem tyrannischen Regime, einer Unterdrückung der Menschen und so weiter zurechnen könnte? Weil es gibt nämlich verschiedene Argumente, wie man zu dieser Naturrechtslehrehe kommt. Wenn man heute in diese People's Republic of Berkeley geht, interessanterweise wird das dort stark thematisiert, wird dort eine Naturrechtslehre der Natur entwickelt. Und die Naturrechtslehre der Natur besagt nichts anderes, dass es ist unveräußerlich und self-evident, dass die Natur da draußen mehr Rechte hat, als wir Menschen. Und entsprechend, so in der amerikanischen Staatsverfassung, die sich ja auch auf unveräußerliche Rechte beruft und entsprechend muss man die Rechtsanliegen der Menschen gegenüber den Rechtsanliegen der Natur abwägen und den Rechtsanliegen der Natur entsprechend Rechnung tragen bis priorisiert. Wir haben theokratische Regimes, die auch Naturrechtslehren vertreten, die einfach sagen, es kommt von Gott und Gott hat gesagt, das ist so. Ist auch eine Form des Naturrechts. Und wir haben immer das Problem der Unrechtsregime. Es wird immer wieder gesagt, dass nationalsozialistische Deutschland sei dem Rechtspositivismus vertritt. Diese These ist Müll, weil in den Gesetzen standen Sachen, die rechtspositivistisch keine Bedeutung haben, wie zum Beispiel völkisches Gut, Nationalsozialismus, das sind eben diese Attrappen, die offen sind und eine Beliebigkeit in der Interpretation zulassen. Die Wertbezogenheit des NS-Regimes war das Problem und nicht seine Gesetzesbezogenheit und in diesem Fall nicht Wertbezogenheit, sondern Unwertbezogenheit. Wenn man die Juristen dazu verpflichtet, völkisches Gedankengut oder Gemeinwohl umzusetzen, dann sind die Juristen nichts anderes als Marionetten hinter einem Unrechtsregime. Im Übrigen das Gleiche mit Franco in Spanien. Ein Regime, das von sich immer sagte, dem Naturrecht verpflichtet zu sein. Den aristotelischen Lehren der katholischen Kirche, der Movimiento Nacional und sein Sozialrecht hatte immer einen Appell am Gemeinwohl und die haben, weil sie Naturrechtsvertreter waren, sogar darauf verzichtet, zu kodifizieren, was das Gemeinwohl nun ist. Logischerweise, damit die Richterinnen und Richter das Recht so auslegen, wie es dem Regime gefällt. Man würde hier nicht behaupten, dass sie wahre Naturrechtslehre waren, sie haben einfach die Naturrechtslehre gebraucht, um die Anliegen des Regimes in irgendeiner Form durchzubringen und den Anschein zu erwecken, dass es in irgendeiner Form rechtlich gesichert ist. Und jetzt komme ich zum Zwischenfazit. das ist ein sehr logisches. Länder, in denen es eine genügend große Mehrheit gibt, die für Liberalismus eintritt, die liberale Rahmenbedingungen wollen und rechtspositivistisch sind, werden liberale rechtspositive Normen erlassen. Länder, die nicht liberal sind und rechtspositivistisch sind, werden halt nicht liberale rechtspositive Normen erlassen. Länder, die liberal und der Naturrechtslehre verpflichtet sind, werden liberales Naturrecht interpretiert. Länder, die nicht liberal sind und dem Naturrecht verpflichtet sind, werden halt nicht liberales Naturrecht umsetzen. Für uns als Liberale ist die Diskussion, ob Rechtspositivismus oder Naturrechtslehre eine interessante intellektuelle Beschäftigung, bringt uns aber relativ wenig bezüglich der Form, wie sichern wir den Rechtsstaat mit seinen Rahmenbedingungen, die uns gefallen, nämlich in der wir unsere Freiheit selbstverantwortlich entfalten können. Weil, und ich denke, das ist die liberale Konklusio hier, man sollte nicht dem System trauen. Als Liberale sind wir zum Handeln befreit, das heißt, es ist unsere Verantwortung, stets Verantwortung zu tragen und stets auf das System einzuwirken. Wir können nicht ein Rechtssystem aufstellen und sagen, gut, jetzt funktioniert es für sich als Automat, sondern wir müssen immer wieder einwirken und schauen, dass das Rechtssystem, ob rechtspositivistisch oder naturrechtlich oder biohimmel ausgestaltet, jene Rahmenbedingungen umsetzt, die wir wollen und die wir für richtig halten. Ich fange hier bei einem Nicht-Liberalen an, weil es wäre ja nachronistisch von Liberalismus zu reden, wenn man von Konfuzius redet. Konfuzius hatte ein politisches Programm, das man als politisches Programm für eine Gemeinschaft, vielleicht für einen Staat, das wissen wir nicht, aber sicher für eine Gemeinschaft entwickelt. Konfuzius glaubte nicht an Gesetze. Konfuzius war der Meinung, man sollte keine Gesetze haben. Das sagte er explizit. Konfuzius glaubte an Charakterstärke und anders als mein Vorredner war er relativ optimistisch, was die Charakterstärke des Menschen angeht, wenn man ständig am eigenen Charakter arbeitet. Man kann auch das Wort Tugend brauchen, aber das Wort Tugend ist heute aus der Mode geraten. Konfuzius war der Meinung, die Charakterstärke ist das, was Menschen erlaubt, politisch tätig zu werden, ist das, was Menschen erlaubt, auch miteinander umzugehen in einem rechtlichen Konflikt und er spricht von rechtlichen Konflikten Lösungen zu finden. Nicht die Regel, sondern die Charakterstärke im Umgang miteinander. Man wird sagen, ja, okay, bei Gemeinschaften geht das, wie sieht es aus bei größeren Gesellschaften. Die Frau in der Mitte, Zora Neale Hurston, auch keine Liberale, wenn überhaupt eine fast schon Marxistin, hat sich immer mit Systemen auseinander gesetzt. Ihre gesamte Forschung war über Systeme, Voodoo, Hoodoo und diese religiösen Systeme. Und sie hat etwas Interessantes herausgefunden, was uns heute eigentlich als logisch erscheinen sollte, aber in ihrer Zeit vielleicht revolutionär war. Systeme tendieren zur Selbstkorruption. Egal, wie das System aufgestellt ist, deswegen meine Warnung vor Rechtssystemen. Egal, wie das System aufgestellt ist, es tendiert immer zur Selbstkorruption. Warum? Weil jedes System braucht Systemverwalter, Systemverwalter leben oder haben den Anreiz, ihren Wissensvorsprung gegenüber den anderen zu ihren eigenen Gunsten einzusetzen und das System so zu pervertieren, dass es primär ihnen, Systemverwalter, und nur sekundär der anderen gibt. Und Zora Neale Hirsten hat noch etwas herausgefunden, das passiert nur im marginalen Bereich oder wie man das auf nicht ökonomisch ausdrückt, peu a peu. Die Systemverwalter sind klug genug, nicht öffentlich oder offen zu plündern und die Leute auszunützen, sondern einfach Schritt für Schritt das System so anzupassen, dass es grundsätzlich ihnen dient und nicht die Leute, die sich auf das System verlassen. Und das ist eben genau, im Übrigen, diese Erkenntnis hat sie ja nicht nur in ihren anthropologischen Überlegungen zu Voodoo geführt, diese Erkenntnisse hat sie auch politisch motiviert, zum Beispiel gegen Roosevelt und seinen Sozialstaat öffentlich Stellung zu beziehen. Hirsten war sehr kritisch, weil sie gesagt hat, der Sozialstaat scheint gut weil er den Leuten zu dienen scheint, aber all along wird er den Systemverwaltern dienen und die Leute werden halt nur die Brotsamen davon bekommen. Und jetzt sind wir doch bei einem Liberalen angekommen, das ist George Mason, das ist wieder der Herr, der hinter mir steht. George Mason war einer der Gründerväter der USA, aber nicht in vollem Rang, weil er sich weigerte, die Unabhängigkeitserklärung zu unterschreiben, weil sie ihm zu naturrechtlich war. Er selber glaubte auch an die Idee des aufgeklärten Naturrechts, dass Menschen qua Menschen Rechte haben, die unveräußerlich sind und self-evident. Er hat aber erkannt, dass wenn man das einfach so gelten lässt und nicht knallhart kodifiziert, der Staat beziehungsweise diese Systemverwalter, die allerersten sein werden, die Schritt für Schritt an den Rechten der Leute die Sachen abbauen werden. George Mason hat eine Kampagne gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten geführt, weil er keine Verfassung wollte ohne Grundrechtsgarantie. Er kaufte die Geschichte nicht ab, dass die Grundrechte einfach so gelten, weil sie von Natur aus gelten. Der hat gesagt, wir brauchen sie ausgedeutscht. ausgeenglischt. Ansonsten gibt es keine Verfassung. Naturrecht alleine wird zum Spiel derjenigen, die die interpretieren. Aber Mason hat auch erkannt, Kodifizierungen werden, rechtspositivistische Kodifizierungen werden auch zum Spielball der Systemverwalter. Und deswegen wollte er die Schwächung von allen staatlichen Stellen mittels sehr komplizierten und wie wir heute sagen würden ineffizienten, aber bewusst ineffizienten Regeln. Die Regeln, die er wollte, er wollte so dieses Rechtspositivismus Gedankengut ad absurdum führen, waren bewusst so ineffizient, damit niemand in diesem Staat mächtig wird. Ein bisschen anachronistisch kann man sagen, George Mason wollte genau genau diese zwei Ideen, Rechtspositivismus und Naturrecht gegeneinander ausspielen, weil er in beiden die Gefahr erkannt hat, dass das System von den Systemverwaltern ausgehöhlt wird. Und ich denke, das ist das Ende nicht nur meines Vortrags, sondern dieses liberalen Gedankengangs. Wir dürfen diesen Systemen nicht vertrauen. Wir müssen immer, immer bei denen aktiv sein, wir müssen immer einwirken und wir müssen verstehen, dass Regeln nur, weil sie irgendwo aufgestellt sind, Kontrapositivismus, nicht unbedingt gelten und wir müssen auch verstehen, dass wir, nur weil wir der Meinung sind, dass wir im Moment die Deutungshoheit haben, über einen Begriff nicht immer diese Deutungshoheit haben werden. Das ist kontra Naturrechtswidrig. Ich würde sagen, der Rechtsstaat endet dort, wo Liberale ihm vertrauen. Im Umkehrschluss, der Rechtsstaat wird dann gestärkt, wenn Liberale, Oppositivisten und Naturrechtler skeptisch auf ihn einwirken. Danke. Applaus 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 Applaus